da sind wir wieder und wir werden hier beschossen von einem garstigen gast aber ich glaube uns den schädler mit den schädler eingeschaltet mein gut ach so jetzt sieht man schon ein bisschen etwas besser oh ja wo ist der brosche denn oh Mistvieh triff ich den nicht mal oh oder viel haben wir hier noch klats ach nerfensäge volltreffer volltreffer noch einer ne ach ach du ach quats 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 Achso. Ja, da ist er nicht zu treffen. Pennen. So, schieß. Ich spür ein bisschen Tennis. Na ja, vielleicht... Das sollte man hier nicht machen, nach unten graben. Aber wir brauchen ja Quarz. So, schieß. Da ist noch einer. Unter Beschuss. Ja. Gibt's doch nicht. Die haben doch schon öfters getroffen. Ja. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Zum Portal rüber. Ach Quarz. Ja, dann brauche ich noch eine Glücksspitzhacke dann. Wenn wir wieder zu Hause sind. Okay. Kann man nicht mehr alles aufnehmen? Was haben wir denn hier noch? B-b-b-b-b-b-seelen-Sand. Äh, braucht nur eigentlich. Oh ja, schmeiß mal ein paar Pfeile weg. Würden wir sowieso nicht treffen. Ich glaube, hier können wir, glaube ich, lang. Oh, das werden wir praktisch nur das zu machen hier. Oh. Da gibt's nämlich noch ein bisschen Quark. Äh, Quarz. Und das ist mit zu steil. Wird doch noch einen anderen Weg irgendwie so. Und da müssen wir hin, wie hoch sind wir 54? Ich glaube, wir müssen auf alle Fälle auch tiefer. Können wir gleich mal ein bisschen nach unten graben. Auch vorsichtig, aber. Da haben wir auch das Glück, dass wir noch ein bisschen Quark finden. Äh, Quarz. Da komme ich jetzt immer auf Quark. Musik 76 32 20 Ja, Ja, da muss noch mehr. Joa, da muss man mal den Gestang wegschmeißen. Ja, da muss man mal den Gestank wegschmeißen. Jamaja, ja da müssen wir das normale Gestank wegschmeißen. falls wir Quarz noch mal voll bekommen muss man aufpassen, dass wir nicht irgendwie aus Versehen eine Lava Quelle hier anzapfen Was ist das denn, auch eine Ratte? Ich dachte schon, wäre wie ein Schweinemann Quarz Äh, da wollen wir nicht lang Ja, hier müssen wir zwischen den beiden nicht rein springen Oh Da haben wir auch keinen Platz mehr Oder doch Oder hat der nichts getroppt? Nichts getroppt Naja Haben wir Pech gehabt Und raus Puh, erstmal da reinpacken, was wir da noch nicht so gut brauchen Netergestein, 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 Netergestein Das brauchen wir Es ist hell hier draußen, das ist aber ein merkwürdiger Zufall Wuuuuh Da ist noch so viel Dann brauche ich erst mal ein bisschen Sicherheit und Entdeckung. Na, kriegt der den allein kaputt? Dann haben wir noch einer. Oh, und rauf, 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 rauf. Ich glaube, oben hatte ich noch eine Glückssacke. Hoffe ich doch mal. Und es ist Nacht, deswegen werden wir erst mal schlafen. So, mal gucken, was haben wir denn da? Oh, da haben wir nichts. Das war doch in den anderen Kisten. Da haben wir hier rumgehen. Genau, hier machen wir noch einen kleinen Weg. Eine Glückssacke, genau, da haben wir eine mit zwei. Da haben wir auch eine, die noch mehr drauf hat. Nö. Axt, 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 haben wir keine Axt. Ist aber blöd. Axt, Axt in dieurosache. Und dann werden wir noch sagt, so viel mehr. Aber 그게 ist ja. Ich hörest den schwitten in diesem Platz. Am ich schnell. Da rauf, zählen wir uns handle, die rauf. All die höreste WARS check'in front, das drittert noch einしました, Leider nur Glück 2, aber besser als Glück gar nichts. Das war es nicht so gut, aber es ist nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wir wollen ja auch nicht den Berg runterfallen. Ja, da müssen wir bestimmt noch mal in den Nähter rein. Ups! Jaaaaa... Ach du Arborst. So, dann haben wir noch genau sieben Stück. Die Seite ist verkleidet und die müsste ja noch verkleidet werden, weil man die von der Stadt aussieht. Das reicht natürlich nicht. Ach, das wird wieder eine teure Angelegenheit. Naja, man muss ja auch nicht alles an einem Tag schaffen oder mit einer Aufnahme. Also, in den Nähter geht es erstmal jetzt wieder nicht. Aber wir können aber auch ein bisschen schummeln und weiß gefärbten Lehm nehmen, obwohl der eher beige aussieht. Ich glaube, das mache ich für die anderen beiden Seiten, die man nicht so oft sieht. Das, was man von der Stadt aussieht, das muss Quarz sein. Also diese Seite, die muss aus Quarz sein. Hier nicht. Und Lehm habe ich noch massenhaft. Genau. Ist mal das, was man von unten sieht. Dann kommen das mit. Ich bin dein Glück und dein Vater reich. Ich bin dein Glück. Ich bin mein Glück. Das ist IhrВОEE. Er ist das. um zu der Höhe muss es und dann kommt oben die Treppe andersrum dran da und ein Beinbruch kommt auch noch dazu noch von der Seite machen wir es noch ab und das sieht man ja auch nicht so da kommt dann weiß gefärbter Lehm ran das ist billiger und von dem haben wir auch noch genug ja es könnte sein dass wir vielleicht nicht genug Knochenmehl haben aber das ist auch kein Problem ein paar Knochenmänner zu killen das einzige Problem ist dass es von dem Lehm keine Treppen gibt das könnte auch schon O.B. gut 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 das ist schon nicht verkehrt aus treppen von nein aber keine treppen von da müssen wir doch noch welche von haben doch nicht haben wir noch 60 stück das reicht die nehmen wir auch mal mit so ist denn auf der seite hier wollte ich doch gar nicht hin hier wollte ich hin ach ja das musste ich ja von der anderen seite machen ja so ist doch richtig shift taste zack zack ich bin aber nicht runter gefahren hier genau so sollte es sein ich bin neu falsch ich bin auch egal das passt ja schon mal dass auch die seitigen von der stadt sehen das ist das muss mit quatsch sein und das andere wird ein bisschen hängel schummelt gleich noch mal nach ob wir da noch was haben und dann noch was von da ist gar nichts kiste kiste wollen oder die christen firma alles rein schmeißen was wir haben kisten und kisten ja nochmal auch noch 64 knochen mehr alles aufnehmen und die christen mitnehmen natürlich nicht jetzt kriegen wir alles mit das hier wieder glatt vier stück nur so nochmals rein schmeißen müssen wir nicht brauchen dann aussortieren morgen und zwar sagen wir erst mal tschüss und bon anu bis morgen und ich gehe jetzt schlafen bon anu tschüss Bis zum nächsten Mal.